Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Belek. Hier verbringt der UFC sein diesjähriges Trainingslager im Winter. Hier im Hintergrund seht ihr das Hotel, in dem die Mannschaft untergebracht ist, das Spice Hotel. Gestern sind sie angereist, der Flug ist alles gut gelaufen, heute morgen früh hatten sie schon ihre erste Trainingseinheit. Wir zeigen euch zu Hause, wie das alles abgelaufen ist. Ein großer Teil, warum wir überhaupt ins Trainingslager fahren konnten, ist der Sponsor und Partner, der uns in diesem Jahr im Kickers TV auch begleiten wird, die Karakotsch Holding GmbH. Vielen Dank also auf diesem Weg auch nochmal an Özgül Karakotsch und sein Team zu Hause. Er selbst ist großer Kickers-Fan, sitzt in Seligenstadt und um es in seinen Worten auszudrücken, der UFC ist eine echte Granate. Karakotsch Holding GmbH ist spezialisiert im Bereich Bau und verwirklicht alle eure Projekte vom Abriss, von der Entkernung bis hin zur kompletten Schlüsselübergabe. Ist riesig vernetzt, landesübergreifend und hat einen riesigen Pool aus Architekten, Baufirmen, Elektrikern, Dachdeckern und vielem mehr, um euer Projekt zu Hause zu verwirklichen. Also vielen Dank an Karakotsch und viel Spaß beim ersten Video. Am Kindern ist das schön, wir wollen aus dem Biberberg die Kickers siegen sehen. Wir wollen aus dem Biberberg die Kickers siegen sehen. Am Sonntagnachmittag, da wird wir stehen im Haus, da zieht die Männerwind zum Biberberg hinaus. Wenn's auch nicht jedes Mal, so wie am Schürgen sich geht, durch sie ganz ordentlich verpackt, so seine Kicker steht. lovers und gratis und 点击 so caught! Ans cam geht, mitLeibbergreifend Sislamasittag, Essirektes'IA purgerät wird in der Linie in der Jungs Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.